In den News steht überall drinnen, wie dünn dieses Tablet ist, nicht nur das Tablet. Schön, dass ihr da dabei seid beim neuen Video von mir. Heute geht es um das niegelnagelneue Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Das ist das neue Flagship von Samsung. Es gibt ja auch das normale S8, das würde ich nicht weiterempfehlen. Es gibt das S8 Plus und eben das Ultra mit sage und schreibe 14,6 Zoll Bildschirmfläche. Ich bin gespannt, wie ein Schnitzel, darum würde ich sagen, fangen wir auch gleich einmal an. Ich habe aber auch beim Vorbestellen kostenlos die Tastatur dazu bekommen, darum soll es aber in einem eigenen Video gehen. Hier geht es jetzt wirklich ums Tablet. So sieht das gute Stück aus, ansonsten ist nichts mehr auf der Box drauf. Ich habe mir auch die Basis-Variante bestellt, sozusagen 128 GB, nur WLAN. Das Ganze gibt es auch mit 5G und natürlich mehr Speicherplatz. Dafür muss man aber zahlen. Das Coole an dem Tablet ist, man kann eine MicroSD-Karte reinstecken, dann ist der Speicher erweiterbar. Was ich außerdem sehr cool finde, der S-Pen ist mit dabei. Aber was jetzt neu ist, es ist nicht einmal mehr beim Tablet ein Ladegerät dabei. Was haben wir hier? Einmal das Tool für die Speicherkarte. Ansonsten ist hier nur mehr Altpapier drinnen. Dann gehe ich davon aus, hier haben wir ein Ladekabel. Das ist USB-C auf USB-C. Und hier haben wir das Tablet selbst. Das ist wirklich unglaublich dünn, obwohl noch die Folie drauf ist. Sieht man schon, wie dünn es ist. Was ist das Beste an neuen Technik-Gadgets? Natürlich die Folie runterzunehmen. So sauber wie jetzt wird das Ding nie wieder sein. Und das Teil ist riesig. Holy Bananas! 14,6 Zoll in einem Tablet. Das ist nochmal eine völlig neue Dimension. Das Teil ist gigantisch. Es spiegelt sich alles darin. Ihr werdet jetzt mal ein komplettes Chaos sehen. Auf jeden Fall, das Display hat 120 Hertz. Es ist ein super AMOLED-Display, was extrem fein ist. Hat eine Auflösung von 2960 mal 1848. Im Display drinnen ist ein Fingerabdrucksensor. So auch beim S8 Plus. Nicht aber beim S8. Die Displayränder vom S8 Ultra sind so dünn, dass wir hier oben eine Notch drinnen haben. Mit zwei 12 Megabisschen Kameras. Ansonsten ist vorne am Display nichts mehr dran. Hier auf der Seite einmal Sperrknopf. Lauter, leiser Wip bei einem Mikrofon. Ich sehe, da ist noch eine Folie drüber. Dann hier haben wir den Slot für die Speicherkarte. USB-C, zwei Lautsprecher. Insgesamt hat das Ding vier Lautsprecher, was sehr gut ist. Dann haben wir hier den Connector für die Tastatur. Dann das werden auch irgendwelche Sachen für die Tastatur sein. Und auf dieser Seite nochmal ein Mikrofon und zwei Lautsprecher. Auf der Rückseite haben wir ansonsten auch nichts mehr drauf. Hier steht wieder AKG, ganz klassisch. Das Ding verschmiert er jetzt schon. Hier wird der S-Pin aufgeladen. Und hier haben wir noch einmal Kameras. Das sind auch zwei Stück, 13 und 6 Megapixel. Unter den Kameras haben wir noch ein Mikrofon, einen Blitz. Und das alles ist Aluminium. Das soll jetzt noch stärker, noch robuster sein. Das muss es so dünn, wie dieses Tablet ist. Wiegen tut das Ding 726 Gramm, was eine Menge ist. Aber das Tablet ist ja auch riesengroß. Darum darf es das. Außerdem ist der Snapdragon 8 Gen 1 verbaut. Auch in Europa kein Exynos. Gott sei Dank. Keine Ahnung, warum Samsung in seinen Tablets Snapdragon auch in Europa verbaut. Und in seinen Smartphones weiterhin Exynos. Ich habe das Ding jetzt fertig eingerichtet. Was von der ersten Sekunde an mächtig Eindruck macht, ist natürlich das Display. Das ist auch der Grund, warum man sich das Ultra holt. Amoled, Größe, Helligkeit, Auflösung. Farben sind extrem knackig. Das Ding ist scharf. Das Ding ist hell. Das Ding sieht einfach so verdammt gut aus. Samsung Displays sind, waren schon immer eine der besten. Und das Ganze setzt sich ganz klar in diesem Tablet fort. Den S-Band habe ich auch schon konfiguriert. Beziehungsweise da muss man eigentlich gar nichts machen. Einmal an die Rückseite dran. Und schon ist alles fertig. Was ich dazu sagen muss, er fühlt sich vielleicht nicht so hochwertig wie ein Apple Pencil an. Er fühlt sich aber auf gar keinen Fall schlecht an. Plus, was man ihm ganz hoch anrechnen muss, er ist beim Tablet dabei. Man kann das Tablet mit dem Stift natürlich ganz normal bedienen, wie mit einem Finger. Aber man kann eben auch etwas zeichnen. Man kann Notizen erstellen. Und was ich auch sofort gemerkt habe, also die Verzögerung scheint sehr, sehr gut zu sein. Ich kann euch da keine Zahlen nennen. Für mich war immer das iPad das Nonplusultra. Aber ich merke hier überhaupt keinen Unterschied zu meinem iPad. Also wirklich, sobald man ankommt, sobald man drüber zieht, wird auch schon irgendwas gezeichnet. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Also für mich ist es eher, dass ich mir etwas aufschreibe. Hier habe ich jetzt ein Video von mir gestartet. Das ist ganz klassisch im 16 zu 9 Format. Wir bekommen oben und unten schwarze Balken. Das ist sehr ungewöhnlich. Das heißt, wenn man jetzt Videos im 21 zu 9 Format oder was auch immer schaut, eben für Smartphones optimiert, dann werden die Balken oben und unten noch größer. Dann schauen wir auch gleich einmal ein bisschen Sound, wie das Ganze klingt. Das klingt sehr, sehr gut. Dann hören wir uns auch ein bisschen jazzern, wie das Ganze klingt. Ich gehe auch gleich einmal auf volle Lautstärke. Oh ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Viele Details, definitiv auch ein bisschen Bass in der Musik. Ich meine, das ist jetzt kein basslastiges Lied oder so, aber das Ganze klingt sehr ausgewogen. Für mich sind Lautsprecher in einem Template wahnsinnig wichtig. Natürlich kann man darauf was arbeiten, was schreiben, was auch immer. Für mich sind Tablets aber auch die ultimativen Medienmaschinen, Filme schauen, Serie schauen, Videos schauen, was auch immer. Ja, da muss natürlich das Bild stimmen. Das stimmt bei diesem Ding zu 100%. Der muss aber auch der Ton stimmen. Da kann ich euch jetzt vom ersten Eindruck sagen, der Sound von dem Tablet ist auch sehr, sehr gut. Ein ganz wesentliches Feature möchte ich jetzt noch hervorheben und zwar ist das Samsung Dex. Das habe ich beim Vorgänger schon gesagt, aber das ist wirklich eine Sache, was diese Tablets unglaublich praktisch macht. Damit kann man wahrscheinlich noch einfacher einen Laptop ablösen als zum Beispiel mit einem iPad. Nein, es laufen jetzt nicht normale Programme drauf, aber es ist irgendwie eine Computeroberfläche. Man hat einen ganz normalen Browser. Man kann Multitasken viel, viel besser als ganz normal in einem Tablet. Das heißt, Samsung Dex wird mit einer Tastatur dann wirklich unglaublich praktisch. Dieses Video soll ein kurzer erster Eindruck bleiben. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Die Performance ist auch tatlos. Also das Ding rennt, es ist schnell, es ruckelt nichts. Programme öffnen sofort. Also da gibt es von meiner Seite aus nichts dran einzuwenden. Der erste Eindruck von dem Ding ist mehr als positiv. Also Verarbeitung ist wunderschön. Das Display ist einfach ein Hammer. Aber die Größe ist schon krass, da muss man sich dran gewöhnen. Oder man muss wirklich so ein großes Tablet haben wollen. Wenn man seinen Laptop damit ersetzen will, dann ist die Größe wieder etwas sehr, sehr Gutes. Samsung Dex, da gehe ich dann später drauf ein. Alles muss erst erforscht werden. Ich muss das Ding ausprobieren. Aber so ist das Ding wirklich verdammt cool. Das war es mit diesem Video. Falls ich von euch irgendwelche Fragen geben sollte, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich gehe jetzt mit meinem neuen Tablet spielen. Und mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.